Donnerstagabend 21.12. kurz vor weihnachten wir wollen gleich essen gehen draußen ist schon dunkel aber vorher kriegst du noch ein kurzes video und zwar haben wir 100 menschen gefragt also in dem falle haben wir 100 verkäufer gefragt warum seid ihr eigentlich so erfolgreich wenn du wissen willst was die fünf geheimnisse der top verkäufer sind dann bleib auf jeden fall dran okay alles klar du willst wissen was die geheimnisse sind ich sag dir nummer eins natürlich steht und fällt alles mit der einstellung ich habe mit dem menschen gesprochen und dann kommt relativ schnell raus wie sehr die für ihre produkte brennen wie sehr die für ihre dienstleistungen losgehen das heißt stell dir bitte immer die frage wird ich das was ich meinen kunden gerade anbiete in dem falle wenn ich brauche auch selbst kaufen oder würde ich mich für den wettbewerb entscheiden das ist glaube ich die frage die der am besten den eindruck vermittelt wie sehr bist du von dem überzeugt was du gerade machst wenn das passt wenn das stimmig ist dann daumen nach oben dann ist der weg frei für dich zum top verkäufer nummero zwei akquise kanäle was bedeutet das naja es relativ einfach wenn du in einer typischen offline branche arbeitest wenn du fest davon überzeugt bist dass du nur am telefon oder in persönlichen terminen an deine kunden herankommt schaltest aber regelmäßig Werbung auf Facebook und bist bei Google aktiv und machst noch irgendwelche Display-Anzeigen, keine Ahnung was, dann ist das der falsche Akquise-Kanal für deine Zielgruppe. Also du weißt ja, wen möchtest du erreichen und wenn du einmal so einen Avatar gemalt hast, wie ist mein durchschnittlicher Kunde, wie sieht er aus und wo bewegt er sich, dann weißt du auch, über welchen Kanal kann ich den am besten ansprechen. Da gibt es verschiedene Methoden, also wirklich ganz viele verschiedene Methoden, die irgendwie in einem Marketing-Mix mal ganz gut zusammengefasst werden könnten und du solltest einfach die wählen, wo du dir sicher bist, dass da deine Zielgruppe auch da ist. Nummer 3. Du brauchst auf jeden Fall die richtige Reihenfolge. Also du kriegst ja sehr schnell irgendwelche Parameter raus, wo du sagst, dieser Kunde hat wirklich Bedarf für meine Produkte und Dienstleistungen und darüber hinaus bringt er noch entsprechendes Potenzial mit. Wenn das so ist, dann ist der wahrscheinlich in der Reihenfolge, in der Rangfolge relativ weit oben im oberen Drittel wiederzufinden. Wenn du sagst, ja ist okay, komm der hat schon irgendwie ähnliche Produkte am Start, aber auch nur ein begrenztes Potenzial ist er vielleicht weiter unten und dann gibt es noch welche, die komplett rausfallen. Oder aber ganz, ganz wenig Geschäft für dich ermöglichen. So, jetzt ist die Reihenfolge entscheidend, weil viele Verkäufer fahren dahin, wo es sich gut anfühlt, wo es relativ leicht ein Jahr gibt und wo der Kaffee besonders gut schmeckt. Wenn du jetzt aber sagst, ich gehe dahin, raus aus meiner Komfortzone, wo ich das meiste Geschäft auch holen kann und da fange ich an, meinen Markt zu bearbeiten, dann ist das für mich die richtige Strategie bzw. für die Top-Verkäufer, mit denen ich regelmäßig spreche, ist das die richtige Strategie. Sind das diejenigen, die am meisten da draußen beim Kunden unterwegs sind, die die meisten Telefonate führen? Ganz oft muss ich dir sagen, sind es die, die die richtigen Telefonate bei den richtigen Kunden oder die richtigen Termine gut qualifiziert bei den richtigen Kunden durchführen. Das sind die Top-Verkäufer, die mit der nötigen Vertriebsintelligenz losziehen. Nr. 4 Dein persönliches Skript, dein persönlicher Verkaufsleitfaden. Das ist einfach eine Arbeit, die du einmal machen solltest, zu Beginn deiner Tätigkeit in einem Unternehmen, speziell für dein Produkt, für deine Dienstleistung, auf deinen Akquisekanal. Also, du kannst sagen, ich gehe regelmäßig zu irgendwelchen Messen und beteilige mich an Messen. Und die Ansprache bei einer Messe sieht so und so aus. Wenn ich dann telefoniere, dann gibt es ja die Situation, ich habe irgendeine vorgeschaltete Stelle, an der muss ich vorbei oder die muss ich ins Boot holen, damit ich zum Chef, zum Entscheider komme. Wie ist dann übrigens der Einstieg bei meinem Entscheider? Wenn er irgendwelche Signale liefert, dass er Interesse hat, wie kann ich dann den Termin fixen oder am Telefon verkaufen? Wie gehe ich also in den Abschluss? Und wenn er sagt, nein, ich will nicht, ich habe schon, ich brauche nicht, wie kann ich dann wiederum zum Abschluss kommen? Weil Einwände sind ja auch nichts anderes als Kaufsignale. Also, wie kann ich dann auch mit der richtigen Formulierung, mit der richtigen Rhetorik wieder zurückkommen? In dem positiven Fall. Und wenn ich dann wiederum hineinbekomme, was ist meine Abschlussformulierung, bevor ich den Kunden ziehen lasse? Oder wie verabschiede ich mich allgemein? Was sind die nächsten Schritte? Und welche Fragen stelle ich, um den Kunden zu qualifizieren? Das geht noch weiter, aber du musst einmal alle Eventualitäten, die dir für deinen Kunden in diesem Akquise-Kanal begegnen können, die musst du einmal skizzieren. Und das hilft nicht, irgendwie abends im Bett das mal zu durchdenken. Das musst du aufschreiben, weil das ist einfach das richtige Hilfsmittel für unsere Birne da oben. Und wenn du ein persönliches Skript hast, dann hast du das. Und dann kannst du sehr lange damit arbeiten und es gibt dir maximale Sicherheit. Und das ist einfach nur extrem geil. Nr. 5 Stetiges Wachstum Also, ich gehe mal davon aus, dass du gerade dieses Video siehst, weil du sagst, okay, ich will nochmal eine Schippe drauflegen. Ich kann noch ein paar Prozentpunkte nach oben. Abschlussquote, da geht noch mehr. Oder in der Einwandbehandlung, da kann ich noch besser werden. Jeder fängt doch irgendwann mal richtig klein an. Jeder ist doch das erste Mal in einem Vertriebsunternehmen, das erste Mal im Produktverkauf, das erste Mal im Dienstleistungsvertrieb, das erste Mal im Endkundenvertrieb, das erste Mal im Geschäftskundenvertrieb und so weiter. Jeder fängt mal an. Nur, wenn du doch die Basis legst, zum Beispiel mit einem persönlichen Skript der richtigen Strategie und einem funktionierenden Akquise-Konstrukt, Akquise-Kanäle einsetzt, und die Einstellung sowieso passt, dann solltest du doch auch an Nr. 5 immer daran denken, dich persönlich weiterzuentwickeln. Wer kann mir denn zum Thema Abschluss nochmal Input geben? Wer kann mir zeigen, wie ich bestimmte Prozesse im Unternehmen automatisieren kann, systematisieren kann? Wer kann mir zeigen, wie ich mit Einwänden jongliere und dabei noch Spaß habe, weil ich immer weiß, dass der Kunde noch nicht alle Informationen hat, aber doch noch mein Kunde werden kann? Also wirklich, welche Seminare kann ich besuchen? Ich bin schon sehr weit in meiner Seminarplanung für 2018. Viele nutzen die Tage zwischen Weihnachten und Silvester dafür oder Anfang Januar. Aber geh doch mal zu drei bis fünf Veranstaltungen, wo du sagst, die bringen mich persönlich weiter. Das müssen nicht immer Verkaufsveranstaltungen sein. Das kann auch einfach sein, dass du mal guckst, wie kann ich noch produktiver werden? Also was sind so Tools, die mich noch ein bisschen nach oben bringen? Wie sieht das aus mit meinen Gedanken, mit meinen Einstellungen? Bin ich da schon auf absolutem Top-Level oder geht da noch ein bisschen mehr? Die meisten, die sagen, ich habe schon alles erreicht und da geht nichts mehr, bei denen geht meistens noch richtig viel mehr. Also diejenigen, die tatsächlich Top-Verkäufer sind, die haben in der Regel fünf Weiterbildungsveranstaltungen für ihr persönliches Wachstum pro Jahr. Und das solltest du auch haben. Und der Mix aus diesen fünf Punkten, der Mix aus diesen fünf Punkten macht dich als Verkäufer erfolgreich. Und wenn du nicht sowieso schon erfolgreich bist, dann wirst du im nächsten Jahr genau mit diesen fünf Punkten nochmal einen Sprung nach oben machen. Zu den einzelnen Punkten bekommst du noch ganz, ganz viel mehr Input, versprochen. Aber jetzt nimm das erstmal als Gedanken mit und gehe morgen in den letzten Arbeitstag, habe wunderschöne und besinnliche Weihnachtstage, vor allem erholsame Tage innerhalb der Familie, weil es ist auch wichtig, mal kurz den Ofen runterzufahren, das Auto abzustellen und dann einfach mal mit neuer Energie zwischen den Tagen oder spätestens Anfang Januar wieder in dein Business zurückzukehren. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, was du über diese fünf Punkte denkst oder wo du vielleicht noch Entwicklungspotenzial siehst. Ich freue mich drauf und wenn du magst, es ist ja fast Weihnachten, ne, Geschenke, lass mir doch gerne deinen Daumen da und dann sehen wir uns im nächsten Video und ich freue mich drauf. Also, bis dann, viel Spaß!